Yo Leute, was geht ab? Jetzt kommt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. In dieser Episode werde ich so viel wie möglich Geld sammeln in nur 30 Minuten. Und wenn ihr das feiert, werde ich es auch nochmal machen, aber nur eine Stunde lang so viel Geld sammeln wie es möglich ist. Ich würde nicht so lange rumreden. Wir fangen direkt am Timer. Wird auf 30 Minuten gestellt. Also 3, 2, 1, go! Erstmal zu einer Tankstelle. Die rauben wir ganz schnell kurz aus. Jetzt ganz schnell zurück zum Auto. Und das habe ich euch vergessen zu zeigen. Ich habe gerade 16.000 Euro. Das heißt, in 30 Minuten werde ich euch das Ergebnis zeigen und dann auch sagen, wie viel ich Plus gemacht habe. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 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 Oh, gerade ist die Zeit gestoppt, als wir genau geparkt haben. Okay, jetzt lasst uns gucken, wie viel Geld wir haben. Wir haben erstmal im Winter. 21 Gold, 28 vom Möbelier. Und jetzt in dem Handy. 52.000 gestohlenes Cash. Das ganze Gold. Ich habe den Criminal Game Pass, deswegen kriege ich ein bisschen mehr. Und plus noch diesen 52.000 sind das dann ungefähr 104.000,4 Euro. Das heißt also 104.400 Euro. Also ich finde in 30 Minuten geschafft. Viele haben mir nicht geglaubt, dass man so viel Geld halt in 30 Minuten schaffen kann. Auch in TikTok. Checkt gerne meinen TikTok Channel ab. Haben mir nicht viele geglaubt. Aber in 30 Minuten kann man tatsächlich 100.000 machen. Oder halt 70.000 oder 80.000. Sogar mit einem Lamborghini. Wenn ich jetzt ein Lamborghini hätte, wäre das alles viel schneller gegangen. Dann hätte ich glaube ich sogar 120.000 oder so. An dieser Stelle würde ich auch das Video beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert mich, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.